Stopp, liebe Hochzeitspaare! Eure Hochzeit steht kurz vor der Tür und ihr möchtet jemanden an der Seite haben, der euch nicht nur schöne Hochzeitsbilder und Videos kreiert, sondern im besten Fall jemanden, der euch Bilder, Videos und sogar Drohnenaufnahmen kreiert, die euch natürlich und authentisch zeigen und der euren Stil perfekt einfängt? Dann werden die nächsten 60 Sekunden besonders spannend für euch sein. Ich sag's euch, ja, denn Fakt ist auch, dass die meisten Hochzeitspaare nach der Hochzeit, ja, wenn es leider schon zu spät ist, unzufrieden sind mit ihren Bildern und Videos, ja, weil sie nicht authentisch und natürlich aussehen oder einfach viel zu gestellt aussehen. Hey, mein Name ist Rafa und ich bin Experte im Bereich der Hochzeitsfotografie und Videografie, ja, und aus unzähligen Hochzeitsgesprächen und Aufträgen habe ich eine Begleitmethode für Hochzeitspaare entwickelt, wie sie genau das erreichen können. Natürliche und authentische Hochzeitsbilder, Videos und sogar Drohnenaufnahmen, ohne am Ende gestellt zu wirken. Ja, dann wisst ihr, ich bin Hochzeitsfotograf und Videograf aus Leidenschaft und ich liebe es, aus euren einmaligen Tag eine Erinnerung zu schaffen, die ihr noch Jahrzehnte später mit euren Liebsten bewundern werdet. Ja, denn ich weiß genau, wie ihr euch fühlt, ja. Nicht nur, dass ihr voller Vorfreude euren großen Tag entgegenfiebert, müsst ihr euch noch um so viele Kleinigkeiten kümmern, geschweige den passenden Hochzeitsfotografen und Videografen finden, der genau weiß, wie er euch ins schönste Licht rückt, ja, ohne dabei komisch oder sogar gestellt zu wirken. Und euer großer Vorteil ist hier also, hier bekommt ihr aus der Praxis eine erfolgsversprechende Methode, die eben bewiesen hat, ja, dass sie funktioniert und eben kein theoretisches Geschnacke ist. Also, wenn ihr euch an meine Begleitmethode haltet, dann werdet ihr in drei einfachen Schritten und sehr sicher das erreichen, was ihr euch gewünscht habt, ja, Hochzeitsbilder, Videos und sogar Drohnenaufnahmen, die euch genauso zeigen, wie ihr auch wirklich seid, ja, natürlich und authentisch. Hier ist also mein Tipp, was ihr jetzt tun solltet, um möglichst schnell eure Begleitmethode zu sichern. Ach, übrigens, was für euch sehr spannend sein wird, ist, die Begleitmethode beinhaltet ein gratis Kennenlern-Shooting. Und das allerbeste, dieses Kennenlern-Shooting ist absolut und zu 100% gratis. Ich sag's euch, mit diesem gratis Kennenlern-Shooting werden wir die Voraussetzung schaffen, dass wir genau diese Ergebnisse erreichen. Authentizität und Natürlichkeit. Und weil ich weiß, dass ihr die beste und schönste Hochzeit eures Lebens haben möchtet, bekommt ihr zusätzlich noch zu meiner Begleitmethode ein Bonus obendrauf. Die ultimative 360-Grad-Videoboofs, die euch bleibende Erinnerungen schafft und ihr immer wieder das Gefühl habt, inmitten eurer Feier immer wieder live dabei zu sein. Ihr seht hier unter dem Video einen Button. Bitte klickt den Button an und tragt euch da einfach kurz mit eurer besten E-Mail-Adresse ein für unser unverbindliches Kennenlern-Gespräch. Und übrigens, egal ob es gerade mitten in der Nacht ist oder am Tag, in wenigen Minuten habt ihr euch für unser unverbindliches Kennenlern-Gespräch angemeldet und ich werde mich natürlich in den nächsten 48 Stunden bei euch zurückmelden. Also klickt den Button einfach hier unter dem Video an und tragt euch da mit eurer E-Mail-Adresse ein. Viel Erfolg, bis gleich, euer Raffa. Bis zum nächsten Mal.